Und mal wieder eine runde Safe Choice. 4 Euro. Los geht's. Gucken ob es so ein Lichtkasten gibt hier. Komm schon, rück ihn raus. Ja ok, bringt nicht wirklich was. Ja, wenn es so läuft, kann man hier Toast das Spiel wechseln. Machen wir doch glatt. Drehen wir mal hier ein paar Runden. Gucken ob der olle Flatterkopf kommt. Ne, das holten wir doch zu gerade. Ich höre mal drauf. 4 Euro. 5 Euro. 2 Euro. Möcke. 2 Euro. Möcke. sehr schön kurz und knackig so musste loben schnelle nummer herzlichen glückwunsch vielen dank aber dann schön 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 mal her mir die kohlen einmal auszahlen los geht's mal gucken ob der was bringt hier zwacken die ganze klemmen die dinge also ein treffer ist doch zeit für rot oder noch nicht muss ein bisschen anders zusammenpuzzeln gut das wird mir schon zu langweilig hier einmal wechseln der sich zeigt hier zehn linien 4 euro los geht's und und Oh, das war ein bisschen. Oh, das war ein bisschen. Aber so langsam könnt ihr mal hinabkommen, jetzt wird es teuer hier. Was vernünftig ist los? Das ist doch nicht vernünftig. Dann halt so. So, dann gucken wir mal, die Glöten hier so an. Komm, lass sie hüpfen. Ich werde schon mal seinen Kasten da kommen. 24. Ganz schön schwarzlastig. Hm, na den hättest du noch lassen können doch. Gibt es denn sowas? Warten, kriegen wir nur noch so ein hohes Bäumchen hier oder nicht? Da, du los. Mach voll das Ding. Oh, 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 da klingelt er. Zum Klingeln reicht es. Sehr schön. Mann, seid ihr süß. Wer damit? Meins. Sehr schön. So, dann gibt es hier mal eine Runde. Mal gucken, ob wir hier ein Vollbildchen hinbekommen. Los. Das wäre echt mal nett. Ja. 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 Hallo, wie wird mal mit was passendet hier? Ja. 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 Wirklich. 2€. Hammer. Gut. 16. das sollte an dieser Stelle schon reichen. Der ist ja überhaupt mal nicht hier auf unserer Seite. Spielwechsel. Und machen einen uralten Klassiker. Dreh mal ein paar Runden. Ach, das waren ja noch Zeiten. Herrlich. Fischer war auch, das ist ja auch so. Und die Leiter ist aber nicht bei dir freudig hier und die Leiter, die Leiter, die Leiter, die Leiter und den Leiter, die Leiter. Dann ist es so, dann schauen wir noch eine Runde weiter. Und wir drehen mal hier eine Runde. Jawollah, natürlich 2 Euro, los gehts. Die bräuchten wir. Ach, knappe Kiste. Das hätte ja schon der große Moog sein können. 2. 2. 2. 2. 2. In eine andere Richtung wird ein Schuh draus. Da ist 3 volle Walzen. Komm, steig nicht an. Na, ja, alter, ach man, die waren doch schon zu sehen, ey. Schweinerei. 2. 3. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. Ja, die wäre gut, ey. So wird das. So würden wir auch nehmen, den blauen. Wir würden alles nehmen, außer dreimal. Was? Übel! Man, der war sehr runter wie ein Stier. Das soll wohl nicht sein. Na, komm. Sorry, Mann. Die letzten 50 kriegst du nicht mehr. Spielwechsel. Triple Triple. Los geht's. Attacke. Schenk uns ein Vollbild. Oder so was Ähnliches. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Runde. 2€ Schaubomapa Drehung. Ah los, wie war das 12? Mann! da war schon mal die 20 mit bei auch nicht Soll nicht sein. Mit Flaumen hat er es ja heute. Na ja, geht doch. Schwere Geburt. Bis zum nächsten Mal.